Luana Alonso sorgt auch außerhalb des Beckens für Aufsehen. Das Schwimmsternchen aus Paraguay ist erneut auch bei Olympia 2024 dabei. Das Ringe-Motiv trägt sie als Tattoo im Intimbereich immer mit sich. Mit 17 Jahren schnupperte sie erstmals Olympia Luft. Inzwischen trägt sie die ikonischen Ringe nicht nur im Herzen. Schwimmerin Luana Alonso, 20, hat nach 2021 erneut ihr Ticket für die Sommerspiele gelöst. Mit der Qualifikation für Paris löste sie auch ihr früheres Versprechen an sich selbst ein, will nach dem Aus in den Vorläufen von Tokio jetzt länger im Medaillenrennen mitmischen. Luana Alonso trägt die Olympischen Ringe unter der Haut. Das Schmetterling-Talent aus Paraguay ist in der Heimat längst ein Star, stellte bereits in jungen Jahren nationale Rekorde auf. Doch auch außerhalb des Beckens erfreut sich die Südamerikanerin steigender Popularität, ist unter anderem Werbegesicht des Sportgetränks Powerade. Über 220.000 Menschen folgen Alonso inzwischen auf Instagram, wo sie immer wieder auch Eindrücke von Fotoshootings außerhalb des Wassers in knappen Outfits teilt. Bei TikTok sind es mit 440.000 etwa doppelt so viele Fans. In den USA gehört sie zu den Gesichtern der Southern Methodist University in Dallas, wo sie Politikwissenschaften studiert. Die Hochschule hatte in der Vergangenheit schon Sportstars wie Schwimmer Lars Fröhlander, Olympiasieger 2000 über 100 Meter Schmetterling, und Hochspringerin Kaiser Bergquist, Olympia Bronze 2000, hervorgebracht. Was ihr der große Traum Olympia bedeutet, macht Alonso seit einem Trip nach Abu Dhabi im Jahr 2022 noch deutlicher als zuvor. Im August vor zwei Jahren posierte sie knapp bekleidet am Stand, schrieb dazu vielsagend, soeben dem Club der Olympischen Ringe Tattoos beigetreten. Und tatsächlich ließ sie sich die fünf Ringe, die so viele Sportlerinnen und Sportler ebenfalls unter der Haut tragen, in ihrer Intimzone stechen. Rechts im Schritt ist das kleine Tattoo nun auch bei Alonsos Schwimmauftritten zu sehen.